und und herzlich willkommen zu einem neuen kommend und zwar den ganzen Generator bei EJ Minecraft ich hab mir jetzt hier Standardbild erstellt mit ein paar Comment Blocks wie ähm GameRule Comment Blocks Output or Faults damit man halt keinen Comment Output mehr kriegt mein Difficulty an und nochmal Tag setzen so dann setz ich mal eben hier hinten den Comment Block hin und füge den Comment aus der Videobeschreibung ran ich bin auch noch da genau und der Xtechnic Study ist auch noch im Hintergrund ich hab's vergessen auf jeden Fall füge hier halt den Comment aus der Videobeschreibung ein aktiviert den Eimer so ich kliere mal im Chat so wie man sieht Dungeon Generator bei EJ Minecraft dann ist das ein Link abonniert ihr mal ruhig der bringt richtig viele Kommands ja WTF ist ah Anzeigefehler nur Gott sei Dank ach so ich dachte nur bis abends nee liegt dran nicht gerade ein Video nur Upload so einmal geteilt dann gehen wir hier Build Dungeon so ich fliege ich mal eben hier ein Stückchen weg ach guck mal da hätten spawnen schon die ersten Viecher so tun wir ihm einen hier hin und wir sind im Game Mode 1 wir sehen einiges hier jetzt spawnen die Scheiße erstmal also die Scheiße also nicht mal es hat leicht leckt es ist nicht dran ich kann nun Video Upload ich Jo wo könnte ich aber im Reis wird sich sicher nicht ändern ne und er will noch eine Stunde brauchen angeblich die Stunde Jo dann machen wir uns mal gemütlich hier und ich lade sonst irgendwie fünf Minuten das so Videos so denn ich lade Captain 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 Tuch das ist eine neue Serie auf meinem Kanal dann mal gucken ist es jetzt mittlerweile fertig ah jetzt hat es sich schon Jo dann was soll das denn also nicht das hier windet es gerade rein und wenn man sieht halt hier das ist bei mir leckt mein Kalenderkumpel liegt mir ins Gesicht und schließend überall weil ich gehe noch mal eben ich finde dann kann ich hier einmal rumfliegen also hier sind überall Spawner ich hoffe ihr seht genug hier zum Beispiel aufs Glitz-Borna und es leckt hier gerade irgendwie alles bei mir das nicht aber an dann wohl gerade dran wenn ich ablaube und wie man sieht die Dinger sind scheiße groß hier sind überall Kisten da ist zum Beispiel eine Warte wo es Markte und Co drin sind finde ich eigentlich recht cool hier was ist hier drin z.B. auch die Jaskin drin sein und Eisen hier sind tatsächlich viele Spawner wie z.B. Creeper auch Cave Spin Creeper sind böse 0 finde ich jetzt nicht Creeper sind böse so hier sind wir jetzt mal die dann gehen wir mal hier den nächsten rein so genau hier sind es nochmals Skelette Blazes und das war es ja auf der Seite anscheinend schweigen mit dem Mann in der Lack hat so ist dann kommen hier halt noch aus Dias zum Beispiel in der Kiste wie ich mich versprochen habe hier ist sogar Spawner Spawner es ist wahrscheinlich gerade nur Anzeige back aber ich habe 50 FPS ja 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 kann man viel mitmachen finde ich natürlich so noch mehr Dias ja hier sind halt ganz viele von den Etagen und ja das ist der erste Kommand, den ich euch heute vorstellen und der zweite da fliegen wir noch mal eben hoch so what the fuck so erst mal wieder im Game-Odd 1 wo ich muss den Weg dessen Angriff bei Dingen schicken ok setzt das vor allem wird die Maschinen einmal und ich so mein Dienst weiten Kommand so welchen nehmen wir denn da ich würde sagen diesen Jäger ich will ja nicht spoilern es wird gerade müssen länger bei mir irgendwie so dann löschen wir eben hier alles und fügt den nächsten ein äh passiert heute auch noch mal ach so ich sollte den auch noch mal neu aktivieren halt so baut sich wieder so eine riesige Maschine und der ist bei genau vor 3 ist der Backpack Mods ist ja auch eine recht kleine Maschinerie sind 5 mal 5 Blöcke mal 5 mal 5 mal 5 mal 5 mal 5 ist eigentlich recht wenig so dann halt hier Backpack in one comment get get a white backpack null ah so hier kann man halt ist halt ein Pferd dazu gibt es auch noch ein teacher pack und da kann ich halt jetzt meine Sachen rein tun ich schieße mir mal eben paar Sachen tun die halt jetzt hier rein und gehe raus und jetzt gehen wir noch mal rein und die Sachen sind immer noch drin das Ding heißt zwar nur white backpack ist natürlich glaube ich ein Sattel nicht ein Sattel oder so auf dem Fall irgendwas in der Art und finde ich recht cool und ich würde ich gerade sollen wir noch einen dritten Command nehmen nö lass mal bei zwei ne ich hab noch genug deswegen so dann delete man die Maschinen nochmal und work in the first slot so ist kann man im ersten Slot benutzen so um nicht auf YouTube dann schon der Ratte so so offen lassen so ich sage nennen wir nennen wir nennen wir denn 3 Capilator so scheiß auch gar nicht jetzt ist scheiße hier rausgeflogen so ich gerade erschied zu Tab so ich hole mir nochmal eben einen Comment-Block den habe ich extra in der Spur so und das wäre nun dieser Command so welcher Command war das jetzt nochmal? ich hab's doch ach genau 3 Capilator dann sollte ich mal eben der ist bei Simon hab ich vergessen zu sagen und jetzt holen wir uns mal eben da Erde und Knochenmehl stellen wir uns mal eben hier den D Knochenmehl so tue ich nochmal eben meine Sachen hier rein und getultraxed das ist jetzt die in Anführungszeichen ultrax ich gehe mal eben überlebensmodus und wenn ich jetzt hier abbaue leckts kurz bei mir irgendwie ja und gehen alle Baumstämme weg das gibt's ja auch als Mods nur es gibt halt Leute die könnten ich halte keine Mods installieren sind dafür zu klug und hier ach scheiße was Crazy Mode it seems the Crazy Mode activated oa er ist er mit die Axt rausgeworden 1 8 Uhr heiliger haben Bohr wer ist so viel für mich was der Crazy Mode dringend m m 8 Uhr heiliger Scheißer und kann man ja wollen hinten kaum ist man auch finden der Angriff so ist es auch schon im Game-Ort Triekepilator achten auch es ist weg ja das sagen das ist meine Bewertung da sagt schreibt man in die Kommentare wie er da soll ich jetzt mal mehr bringen weil ich habe im Moment nur und ja bis zum nächsten Mal und ciao so so dann bis zum nächsten Mal und ciao ciao